so schön dran vorbeigelaufen da war ich etwas zu voreilig aber wir verlieren zum glück keine leben das hat jetzt vielleicht ein bisschen zeit kostet aber ich glaube das schlimmste wird halt das aller schlimmste level wird das mit dem wasser sein dass sich nach oben und nach unten bewegt das hier ist glaube ich auch das einzige in dem an der maske da hätte ich noch super locker durchgekommen kein problem kein problem jetzt muss man ein bisschen schneller hier wow wow 1,18 das muss gold sein yes sehr schön sehr sehr schön ah wunderbar wunderbar ach genau jack & dexter habe ich auf platin gemacht am wochenende und tony hawks pro skater hd was ein übelstes scheißspiel ist und ich glaube dass tony hawks pro skater 5 noch beschissener ist als das von daher ich werde mir also das 5er werde ich mir auf keinen fall holen das hd war halt nur runtergesetzt und dennis meinte eigentlich zu mir dass das ganz gut wäre aber ich fand das scheiße also es hat auf jeden fall keinen spaß gemacht so next one das blaue müsste das jetzt sein ne ja flaming passion mhm 1,42 war das andere glaube ich auch ne aber ich glaube das hier ist schwieriger der die 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 da wollte ich zu viel aber es lief so gut es lief so gut man nur weil ich da nicht rüberspringen das kann sich nur noch in stunden handeln dass ich hier mal passablen doch passablen versuch hinkriegt warum oh mein gott es war glück dass ich da jetzt nicht getroffen wurde auf ficken nein nicht vorher nein ich glaube das kann ich sowas von in die tonne treten den versuch hallo hat sich das auch erledigt lass mich durch oh mein gott oh scheiße jedenfalls pass ich den hier vorne hallo kiste rin 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 ja rin gemacht. Vielleicht habt ihr das sogar gehört. Mann! Ich hasse diesen Schwertfixer. Ich bin einfach zu schnell für diese Welt. So, ich lasse mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit. Sieht jetzt gerade vielleicht nicht so aus, aber dahinten werde ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich weiß nicht, ob die auch für mich zählen. Ähm, wenn die durch die TNT-Kiste aktiviert werden. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Irgendwie Maske für mich. Hilf mir aber nicht, wenn ich irgendwie wieder im Abgrund falle. Das erwarte ich jetzt ab. Mann, ich hab'n fucking Doppelsprung gemacht. Und von da aus ist das gar nicht mehr weit bis zum Drecksende, ey. Warum sind die jetzt nicht explodiert? Mann, ich bin gesprungen. Ich hab'n doppelsprung gemacht. Meine Fresse, ey. Du Dreckspiel funktionier doch mal. Das ist grad genauso wie bei Tony Hawk gestern. Weil da funktionieren auch die Wallrides nicht. Und die Rewards funktionieren auch nicht. Beziehungsweise funktionieren und dann, wenn sie grad Bock haben. Ich liebe dieses Spiel. Man muss es nur ganz oft sagen, dann glaubt man's irgendwann selbst. Denkt euch jetzt bestimmt, oh, kann die alte Deadman nicht vernünftig machen. Warum lässt sie sich nicht Zeit? Die hat doch fünf Minuten für das Level. Nein. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Gut. Gut. Wow! Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt hier wieder diese megatolle Stelle, wo das hier hängen bleibt. Toll. Ich weiß, da oben war eine Dreierkiste, aber ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt Gold kriege. 1,13 bitte. Nein! Warum? Oh, bitte lass das jetzt nicht irgendwie als 10 oder so gewesen sein. Oder noch weniger. Was ist da die Goldzeit? Ah, das ist immer dieses kleine Witzel-Sekundenscheiße. One more time. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie hinten anstellen oder so, weil... Nee. So, wir machen das jetzt. Wappert hat 1,12, ne? Vor allem sind die jetzt auch perfekt, wie die laufen. Kann doch nicht sein. Jetzt passt es bestimmt wieder nicht. Ja, jetzt passt es nicht mehr. War ja klar. Das muss man direkt beim ersten Versuch hinkriegen, um da eine besondere Zeit hinzukriegen. Weil dann alles passt, wie es sein muss. Ich bin gesprungen. Oh! Oh! Gut, da... Ja. Damit bin ich einverstanden. Damit bin ich hier auch einverstanden. So, jetzt muss es... Ich weiß noch nicht, warum ich hier in dem Level jetzt irgendwie so ein Problem mache. Das war gut. Das war es mir wert. Boah, ich hätte sogar eine Supermaske bekommen. Nein! Ich hätte mich doch noch drehen sollen. Boah, verflickte... Verflickte fickkacken Drecks. Der hätte doch eben gerade fast geklappt.